Guten Tag, im heutigen Video schauen wir uns mal an, was die 5 besten Fahrzeuge sind, die man sich für diese goldenen Fahrzeugbefehle holen kann. Da habe ich jetzt noch 5 Stück davon und ich habe das jetzt öfter mitgekriegt bei anderen Leuten, denen ich zugesehen habe oder allgemein oft im Forum gelesen, dass viele Leute halt strugglen mit dem Gedanken, was man sich halt holt für diese goldenen Fahrzeugtickets. Weil davon kriegt man jetzt nicht so viele, man kriegt halt durch die täglichen Belohnungen mit viel Glück eins oder halt durch den Battle Pass. Und ist halt blöd, wenn man die dann für irgendwas wastet, was man entweder nicht benutzen kann oder irgendwas, was sich danach als Scheiße rausstellt. Deswegen habe ich das jetzt mal für euch zusammengefasst. Vorab, diese Fahrzeuge für diese goldenen Tickets holt man sich aus zwei Gründen eigentlich. Entweder um das Fahrzeug direkt voll ausgebaut zu kriegen und sich damit Unmengen an Tickets zu sparen. Das sind halt so Sachen, zum Beispiel dieser Tiger in Berlin, den es gibt. Das wäre halt eine Sache, weil man dadurch halt einen Haufen Bronzetickets spart. Oder einfach um den Grind zu skippen, um ein vernünftiges Fahrzeug direkt von Anfang an zu besitzen. Das sind eigentlich die einzigen Gründe, weswegen man sich solche Battle Pass Fahrzeuge holt. Ich glaube, auf die Lackierung ist getrost geschissen. Also klar, die Lackierungen sind ganz cool, aber darauf kommt es jetzt nicht unbedingt an. Und so ein Ticket wasten, nur weil man die Lackierung geil findet, ist jetzt vielleicht auch nicht die cleverste Option. Sondern man sollte halt schon gucken, dass das Ding ein bisschen einen Mehrwert bietet. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Und dann kommen wir zu meinem Platz 5. Und zwar ist das für mich dieser Panzer 3J, den es in Moskau bei den Achsenmächten gibt. Ich finde, das Ding ist ein super Panzer, weil man startet mit dem Panzer 2C. Dann kommt, glaube ich, der 3B und dann erst der E. Die sind alle schmutz. Und der Panzer 3J, der hat wenigstens die 5 cm KWK mit recht viel Munition. Und hat eine einigermaßen brauchbare Panzerung. Und gerade jetzt in Moskau ist es halt wichtig, weil man kriegt halt ständig T-50 um die Ohren geknallt oder andere Panzer mittlerweile sogar stärkere. Und der Panzer 3J ist halt was, was von Anfang an direkt benutzt werden kann von der ersten Besatzung. Und man hat halt wenigstens auch was, womit man die russischen Panzer kaputt kriegt. Das Ding von der Panzerung, er kann ein bisschen was einstecken, gerade wenn man ihn anwinkelt. Und die Kanone ist auf jeden Fall stark genug, um die russischen Panzer zu bekämpfen. Klar, beim T-50 struggelt man auch ein bisschen. Da muss man halt durch seine Bäckchen schießen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Deswegen kann ich den Panzer nur jedem empfehlen. Weil wir können jetzt mal kurz in die Kampagne reingucken. Den schaltet man nämlich normalerweise erst mit Level 29 frei. Das heißt, man skippt quasi 29 Level vom Grind und kann direkt den Panzer von Anfang an benutzen. Direkt voll ausgebaut. Ist eine super Sache. Ich habe es damals gemacht und ich habe es in keinster Weise bereut, mir den Panzer von Anfang an geholt zu haben. So, genug gelabert. Kommen wir zum nächsten Panzer. So, da sind wir bei Platz 4 und zwar ist das der M4A2 Sherman Bomb. Und zwar ist das nämlich ungefähr dieselbe Sache wie jetzt beim Panzer 3 gewesen. Man startet in der Normandie mit dem kleinen Stewie und kriegt sämtliche andere Panzer um die Ohren geknallt, die einem gnadenlos wegfrühstücken. Und der Sherman, der kann vom selben Trupp benutzt werden wie der erste Panzertrupp. Das heißt, man kann ihn direkt von Anfang an von Level 1 aus kann man ihn verwenden, wenn man sich den durch den Battle Pass holt. Und man skippt dadurch erstens den Stewie, muss man sich nicht antun. Der M8 Scott, den man dann freischaltet, der ist ganz cool. Aber hat natürlich auch einige Probleme und der Sherman an sich ist ein guter Panzer. Klar, gegen Tiger oder Panther kriegst du trotzdem auf die Fresse. Aber du hast immerhin die Chance, die einigermaßen zu bekämpfen. Und gerade am D-Day zum Beispiel war ich riesig froh, als ich dann einen Panzer mit einer vernünftigen Kanone hatte, weil man dann die anderen Panzer oder halt die Infanterie aus den Bunkern einigermaßen vernünftig bekämpfen kann. Und deswegen ist diese Sherman Bomb eine super Option für Leute, die gerade mit der Normandie anfangen. Und die können sich einfach den Stewie sparen, weil der Stewie, der kriegt am Anfang nur auf die Schnauze. Der M8 Scott, der ist oben offen, das heißt der Kommandant, der verreckt sich ja ständig. Und das Problem hast du einfach beim Sherman nicht. Hat auch oben das schöne Browning drauf. Ist an sich ein guter Panzer. Man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn man in die deutschen Panzer reinrennt. Da hat man meistens schlechte Karten, aber man hat auf jeden Fall einen guten Konter. Und muss sich nicht hochsterben, bis man mal einen vernünftigen Panzer freischaltet. Man kann ihn direkt von Anfang an benutzen. Von daher ist das eine super Option. Platz 3 für mich, was auch eine super Sache war, ist für mich ganz klar die P51D5 Mustang. Das ist die bessere Mustang, die einfach diese 227 Kilo Bomben unten dran hat. Ansonsten ist es recht ähnlich zur normalen Mustang. Die C10, die man am Anfang Level 12 freischaltet. Und wie gesagt, man muss halt grinden bis Level 12. Und dann kann man aber direkt sich die Mustang aus dem Battle Pass rauslassen. Und hat ein so dermaßen kampfstärkeres Flugzeug direkt, einfach weil du halt diese zwei fetten Bomben drunter hast. Das macht einen riesen Unterschied. Und ich habe ja letztens auch den Kurzclip hochgeladen, wo ich irgendwie 17 Leute mit den Bomben weggeholt habe. Die Mustang ist an sich ein super Flugzeug zum Dogfighten, hat eine super Geschwindigkeit, lässt sich gut hören. Aber die normale Mustang hat halt keine wirkliche Bewaffnung. Die hat halt diese zwei 45 Kilo Bomben und das ist, ja, kannst ein Gegner auch Wattebällchen ins Gesicht schmeißen. Das macht jetzt nicht einen riesen Unterschied. Und deswegen ist es ein riesen Upgrade, wenn man sich die zweite Mustang holt. Das war damals auch ein Ding, was ich mir recht früh geholt habe. Deswegen würde ich sagen, die P51 C10, gar nicht erst ausbauen, scheiß drauf. Wenn man das Goldticket übrig hat, holt man sich direkt die D5. Weil gegen Infanterie ist das Ding tödlich. Es ist super zum Dogfighten. Hat jetzt nicht ganz so viel Munition. Und man muss trotzdem nur bis Level 12 grinden, quasi in Anführungsstrichen. Und hat ein extrem kampfstarkes Flugzeug, was ich bis heute immer noch benutze und was mega viel Spaß macht. Und da sind wir bei Platz 2 angelangt und wir sind in Berlin bei den Deutschen. Da gibt es eine ganz klare Option und da kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man sich den Grind in Berlin erleichtern will. Und zwar ist das hier dieser Panther, der jetzt nur noch für diesen Battle Pass verfügbar ist. Das ist der Panther G Münchenberg. Sieht erstens mal sexy aus mit dem ganzen Zeug, was da dran geklatscht ist. Und selbe Sache wie vorhin bei dem Schirmen. Man startet in Berlin mit dem Panzer IV und wir wissen es alle, jeder der mit Berlin angefangen hat oder mit Berlin damals mal angefangen hat, jeder von uns war an der Stelle, mit dem Panzer IV kriegst du gnadenlos auf die Fresse vom T-34. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Der Panzer IV ist einfach vollkommen fehl am Platz und wird gnadenlos weggefrühstückt. Und mit Level 12 schaltet man normal erst den Panther frei. Und das kann man sich komplett sparen. Man kann direkt von Anfang an den Panther verwenden, wenn man ihn kauft durch den Battle Pass. Und was soll ich sagen, es ist ein fucking Panther. Das ist einer der besten Panzer im Zweiten Weltkrieg. Und dadurch wendet sich das Blatt brutal. Man hat jetzt keine Angst mehr vom T-34, sondern der T-34 hat Angst vor dem Panther normalerweise. Wenn der Panther vernünftig gespielt wird, schaltest du alles, was die Russen haben, damit aus. Deswegen ist das eine der besten Optionen, die man im Spiel haben kann. Und gerade wenn man anfängt in Berlin, ist das Ding für mich Pflicht. Also wenn man unbedingt Berlin spielen will und ich kann es jedem nur, ich habe mir den Panzer damals nicht geholt tatsächlich, ich habe mich so hochgelevelt in Berlin. Aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, holt euch, wenn ihr ein Goldticket habt, diesen Panzer am Anfang. Weil sonst macht Panzerfahren in Berlin echt keinen Spaß bis Level 12. Solange man den Panther nicht hat, ist das ultra hässlich einfach und mega unbelangst. Und wie gesagt, es ist halt ein fucking Panther. Das ist halt mit das Beste, was man eigentlich haben kann. Und es macht unglaublich viel Spaß, damit zu spielen. Man könnte sich jetzt tatsächlich auch noch den Panzer 470 holen. Der ist auch direkt mit der ersten Besatzung benutzbar. Aber ganz ehrlich, warum will man einen Panzer 470 als Jagdpanzer haben, wenn man auch einen Panther haben kann? Macht für mich keinen Sinn, ist komplett Schmutz. Holt euch den Panther, das ist die einzig vernünftige Option. Auch bei den Alliierten ist auf alles geschissen. Holt euch einfach den Panther, wenn ihr das Ticket übrig habt, ist das Zweitbeste, was ihr machen könnt im Spiel. Und dann kommen wir auch schon zum Platz 1. Und das ist dann logischerweise das Beste, was man machen kann für ein Goldticket im Spiel. Und ich meine, die meisten von euch werden sich jetzt schon gedacht haben, was jetzt kommt. Und es ist auch kein Geheimnis, was jetzt kommt. Es ist natürlich der T50. Der T50 ist einfach das Beste, was man sich holen kann für ein Goldticket, wenn man Moskau spielen will. Weil man kann ihn einfach, das ist dasselbe wie vorhin mit dem Panzer 4. Mit dem Panzer 3J, meine ich. Man skippt einfach 29 Level Grind und kann ihn einfach von Anfang an benutzen. Und im Gegensatz zum Panzer 3 ist das Ding einfach einer der besten Panzer im Spiel in seiner Kampagne. Das Ding hat übelste Panzerung. Das Ding lädt übelst schnell nach. Es hat zwei MGs. Es ist wirklich mit einer der besten Panzer im Spiel, würde ich behaupten. Und man macht damit Unmengen an feindlichen Panzern einfach weg. Das Ding ist brutal. Und einfach die Tatsache, dass man es von Anfang an benutzen kann. Es gab damals durch einen Twitch Drop auch noch diesen BT7 oder BT7 Veteran. Da habe ich jetzt glaube ich auch ein 2 oder so davon. Ja hier BT7 Veteran habe ich sogar zwei Stück. Dann gab es da nochmal irgendwie einen anderen. Aber damit habe ich mich dann übrigens hochgelevelt. Und irgendwann habe ich mir dann den T50 geholt. Ich habe ja auch ein Video schon gemacht zum T50. Allgemein zum Panzer 3J habe ich auch ein Video gemacht. Also das, wo ich ein Video gemacht habe, das kann ich ja mal hier verlinken. Und ja, wie gesagt, T50 ist einfach das Beste, was du machen kannst. Das Ding ist verheerend. Das Ding hat eine super Panzerung. Das Ding schießt einfach alles aus dem Leben. Und man skippt einfach diese 29 Level Grind. Und sowas hast du einfach nur in Moskau tatsächlich. Dass du halt so viel Level überspringst. Durch diese Battle Pass oder quasi durch diese Gold Ticket Fahrzeuge. Das hast du in anderen Kampagnen leider nicht. Das haben sie dann irgendwann gemerkt wahrscheinlich, dass das dann doch zu krass ist. Und jetzt Stalingrad, Tunesien. Da hat man einfach nichts, was sich jetzt wirklich lohnen würde, das zu kaufen. Weil um die meisten Sachen zu benutzen, musst du halt erst eine gewisse Anzahl an Level erreichen. Und das ist in Moskau einfach nicht der Fall. Also wenn du beide Seiten spielen willst, hol dir den Panzer 3, hol dir den T50 und du bist glücklich und hast ausgesorgt. Du kannst das Ding bis zum Ende der Kampagne fahren. Das ist in Berlin genau wie mit dem Panther. Oder mit der Mustang in der Normandie. Das kannst du einfach bis zum Schluss benutzen. Und du musst dir keinen Kopf machen, dass du irgendwie das Gold Ticket verschwendet hast. Weil die Dinger sind es halt absolut wert. Und dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick geben in das, was ich so für die besten oder die sinnvollsten Gold Ticket Investitionen halte. Und falls ihr jetzt ein paar Gold Tickets übrig habt, dann könnt ihr euch ja überlegen, welche Kampagne ihr spielen wollt. Und je nachdem könnt ihr dann halt euch da was Schönes rauslassen. Es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn die Sachen dann nach einem gewissen Zeitraum verschwinden und vielleicht nicht mehr erhältlich sind im Battle Pass. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das zu Waffen auch noch machen werde. Aber auf jeden Fall sind das für mich die sinnvollsten Sachen. Und ich habe ja jetzt schon einige Spielstunden im Spiel. Also ich würde mal behaupten, ich habe ein bisschen Erfahrung. Das sind jetzt einfach die Sachen, die ich halt gut im Herzen zweiter empfehlen kann, dass ihr euch kein Mist kauft für diese Battle Pass Tickets. Also klar, Geld würde ich dafür nicht ausgeben. Niemals. Also nur diese Gold Tickets tatsächlich. Weil man kann sich die Dinger ja auch mit Echtgeld kaufen, aber nein, macht das einfach nicht. Macht das einfach nicht. Ja, wie gesagt, an die Gold Tickets kommen ab und zu ran und das sind halt die besten Sachen, die man sich dafür holen kann. Und wie ihr jetzt gemerkt habt, ich bin jetzt auch, ich habe erst überlegt, ob ich halt mehr mache. Aber die fünf Sachen sind jetzt schon weit hergeholt. Es gibt halt echt nicht so viele Sachen, die sich wirklich lohnen. Und das sind jetzt halt, wie gesagt, die Sachen, die ich guten Gewissens an euch weitergeben kann, wo ich kein schlechtes Gewissen habe, das den Leuten weiter zu empfehlen, weil man damit echt gut performt und gut Spaß haben kann. Dann habe ich euch jetzt erstmal wieder ewig zugelabert. Das Video sollte eigentlich gar nicht so lange gehen. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt einigermaßen helfen bei der Auswahl und wofür ihr die Tickets ausgeben könnt. Und dann wäre es das erstmal von meiner Seite. Haut und Ei. Also, ich hoffe, 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 ich hoffe,